und an dieser stelle wieder hallo und herzlich willkommen bei Batman Arkham Knight ja ja ist in Ordnung Joker so wir haben jedenfalls letztes mal Lysches befreit ich fürchte es sind keine guten Nachrichten Sir wie alles heute Nacht und wir haben uns ein bisschen auch geupgradet mal wieder ist ja lange her wo wir das gemacht haben weil ich weiß nicht ich hab's ja irgendwie nicht gebraucht ne also von daher das war gut ich weiß was es ist und es ist nicht gut ach wieso oh oh die Irre Pflanze nein du hast gerade deine Position verraten Zeit dass Scarecrow dafür zahlt was er mir angetan hat ich hoffe du bist bereit er wird alles gegen uns einsetzen was er hat ich zerstöre seine Spielzeuge Nöööööö Möhöööö. Yeah. Alter, geh kacken. So. Das ist ja cool. Höhö. Sir, ich hab die Kontrolle über eine Drohne verloren. Er überschreibt meine Befehle. Schild auf von Einheiten. Erlebt sie. Oh. Oh. Oh, die kämpfe für mich. Äh, du wurdest kaum durchzermatt. Geh kacken, Alter. Sir, einige Drohnen haben sich runtergefahren. Es ist ein EMP, ein Sergeant. Alle Systeme will euch starten. Alter. Tschüss. So schwach, diese kleinen Maschinen. Direkter Treffer, ihr. Alter. So. Auch im Arsch. Und dich, Mario, platt. Die Drohnen sind zerstört. Solange Batman Ivy beschützt, kriegen wir sie nicht. Ich hab Cobra-Panzer losgeschickt. Tötet ihn oder vertreibt ihn von der Insel. Ich habe seine Position. Oh nein. Er ist umzingelt. Ich bin wieder Panzer. Pass auf, Batman. Sie schicken was Größeres, um uns aufzuhalten. Werden Sie nicht. Ich kann dir nicht weiterhelfen, Batman. Ich bin noch nicht stark genug. Aber. Ich. Mal gucken. Das schaffen wir schon. Aber das sind's. Ein paar. Ach, das kriegen wir schon irgendwie. Irgendwie hier. Das ist fies. Das ist ja fies. Ich wollte ihn nur ein bisschen ablenken. Alter. Oh. Batman gesichtet. Er ist in Bristol. Nein, bin ich nicht. Nicht gut. Okay, hier geht's lang. Ich muss Ivy vor den Milizsoldaten retten. Das ist aber nicht so einfach. Hier irgendwie durchzukommen. Wenn die immer so ein Rundum-Dings da machen. Hä? Boah. Boah. Ich bin weg. Das war gut, oder? Okay, weiter geht's. Das ist echt schon tricky hier. Der wird da lang. Das ist gut. Bats. Treffer, Eliten. Schicke zwei Kobras dahin. Fangen wir erst mal weg. Sir, wir haben noch drei Kobras im Einsatz. Ich muss Ivy vor den Milizsoldaten retten. Ich muss gucken, wo die langfahren. Das ist... Die drehen sich ja, wie man sieht. Die Säcke. Okay, wo fährst du lang? Boah, der dreht sich schon wieder, der Sack. Fahr doch mal weiter. Dreh dich doch nicht an Dauern, du Sackgesicht. Fahr einfach weiter. Oh nein, der wird natürlich hier lang. Mann. Ich muss gerade kotzen. Bööö. Das wird's weiter? Ja, dankeschön. Komm, Alter. Komm schon. Ich hab überall meine Augen, donkler Ritter. Sie suchen nach dir. Bumm. Eine verloren. Programmiere Cobra für Gegenschlag. Batman. Deine Zeit ist abgelaugen. Batman gesichtet. Zermalm die. Zermalm die. Dann bin ich ja gefangen. Nichts hier. Unser Moment wird kommen. Irgendwie. Wir werden seine Gleiche durch die Straßen schleifen. Gewissermaßen. Äh, das war gut. Bumm. Okay, jetzt haben wir nur noch einen. Nee, das lassen wir nochmal nicht, oder? Und der eine, der ist wohl hier oben. Wie kommen wir denn da hin? Oben, oben, oben. Ich trau dir nicht. Boah, Alter, ist nicht dein Ernst, oder? Kein Feind in Sicht. Das bedeutet nichts. Er ist da, vertrauen Sie mir. Okay, der fährt jetzt wieder runter. Okay. Ja, den kriegen wir schon. Allerdings muss der natürlich jetzt mal runterkommen. Ich bin ja auch serienmäßig enthalten, ha? Scan wird eingeleitet. Der muss natürlich erst mal wieder runterkommen, der Sack. Sonst kriege ich den nicht. Jetzt kannst du das voll vergessen. Das ist ja wieder oben, oder was? Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Wie soll ich den denn kriegen, Alter? Das ist doch mal assi, Alter. Das ist ja mal richtig assi. Ah, okay. Dann halt so. Mann, Alter. Das ist meine Stadt. Nein, Scheiß ist das. Daneben. Boah, Alter, bist du kacke. Das ist doch sowieso nicht. Daneben. Guck guck. Oh, hier geht's wieder raus. Jui. Ne, komm. Ne, komm, nur. Komm, nur, ja. Ziel verschwunden. Er ist da. Findet ihn. Tch. Soll sie doch jetzt nicht drehen. Ich sage nur, hasta la vista. Baby. Yeah. Er hat die Komeras ausgeschaltet, Sir. Glaub nicht, dass du gewohnt hast, mein Mann. Du wirst verlieren, und zwar alles. Ich sollte Ivy zurück zum GCPD bringen, bevor der Arkham Knight einen weiteren Angriff startet. Es ist hier zu gefährlich für sie. Du wirst diesen Kampf verlieren, oder wie viele Panzer du als gepalmende Bratz zurückfetzt. Du wirst diesen Kampf verlieren. Ach, das wird noch lustig. Das wird noch lustig. Hat der Arkham Knight-Batman schon erwischt? Der redet doch nur. Gib mir mal mein Auto. Bitte schwören kann ich am hier Bruce Wayne persönlich vorbeifahren sehen. Och. So, hier geht's lang. Und dann... Wie sehr der Baum? So, dann hier längs. Und hier hoch. Und... Und... Ah, okay. Ich soll springen. Gut. Habe ich. Das für ein Käse hier. Äh. Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich Pflanzen hasse? Vor allem die Menschen fressenden. Ja, ja. Ähm. Alter, wo ist denn lang hier, also? Der schickt mich ja immer wieder hier lang, irgendwie. Hallo? Hallo? Aber warum? Hier war eben, weil's... Ich hab keine Ahnung. Warum? Hä? Du kannst Miss Eisley nicht vor mir verbergen, Ben. Das hoffe ich jetzt gerade nicht. Egal. Wir... Gleiten da jetzt. So mal hin. So. So. Siehst du, so geht das. Mann, wir klopfen mal einen Baum ein. Du bist hier nicht sicher. Der Knight weiß, wo du bist. Du kommst mit mir. Das kann ich nicht. Sie schaffen's nicht allein. Brauchen mich. Sir, vielleicht werfen Sie besser einen Blick auf die Perdition Bridge. Der Batwing hat den Cloud Burst entdeckt. Scans zeigen, dass er bemannt ist und enorm viel Energie abgibt. Der Arkham Knight. Okay. Wir haben ihn gefunden. Boah. What the fuck? Ivy, runter! Was geht denn jetzt ab, Alter? Leck mir am Arsch. Jetzt drehen sie alle durch. Wir sind im Cloud Burst. Leck mir am Arsch. Es ist schlimmer, als ich dachte. Meine Pflanzen sterben. Der Cloud Burst verstärkt die Wirkung des Toxins. Du musst dieses Gerät zerstören. Sonst können meine Pflanzen Gotham nicht schützen. Du stirbst, wenn du hier bleibst. Wir sterben beide, außer du stoppst ihn. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön spannend. Ich glaube, das ist ganz schön spannend. Das ist ganz schön spannend. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön spannend. ich schnappe mir stack er hat den cloudburst entwickelt dann wird er ihn auch zerstören können bitte seid ihr aber mit dem gas vorsichtig keine straße was ist wenn ich da jetzt rein fliege will ich jetzt mal wissen was da passiert okay dann tut er sich automatisch nach oben ich finde ich ich wollte dich aber haben also das ist jetzt mal richtig krass alter das ist richtig krass und krank zugleich alter voller leck mich fett wächst mich doch fett alter kommen wir uns nein scheiße hat nicht funktioniert kann ich diese auch einfach runterschmeißen oder schmeißen ok was schießt hier noch nicht du bist es hat sich knochen gebrochen die er nicht mal kannte du hast gerade die macht des neuen dynamischen gurus erfahren ok aber nichtsdestotrotz würde ich sagen wir machen an dieser stelle eine aufnahme pause mit blick auf ja kaputtes goffen und in diesem sinne bis morgen tschüss